Mein Lieblingsplätzchen ist jetzt die Spitzbuben, heißen die bei uns. Das sind die da, das sind Zambabte mit Marmelade drin, genau, Sankmirada. Also oben und unten ein Teig und in der Mitte ist dann Marmelade drin, also Erdbeer oder Kirschmarmelade, irgendwas. Die sind braun, ganz braun, zwei Teile, wie so eine, wenn du jetzt diese Spitzpistole nimmst. Dann machst du dann so, so lang und dann die andere Seite noch, dann ist Trennen Nougat und dann ist eine Seite quasi noch so, die klebst du dann zusammen und dann ist eine Seite auch noch die Spitzbuben, die legst du in deinen Mund und dann zergehen die einfach. Muss meine Mama, kann ich da nur ein großes Lob aussprechen? Die Tante von meiner Frau, die backt immer. Ich war noch nie dabei, ich krieg immer nur jedes Jahr eine Schachtel geschickt. Ich hab keine Ahnung, was du da machst, selbst Karl weiß es nicht. Schmecken einfach gut, fertig. Ich will auch nicht zu viel wissen. Ich soll einfach nur immer jedes Jahr ein paar schicken, dann bin ich zufrieden.